VG9000 Was hat ihn bloß so ruiniert? Tja, das Leben als galaktischer Superheld kann echt stressig sein Ja, wie auch immer Dieser kranke Sack soll also unsere einzige Hoffnung gegen Nefarius sein? Na, toll Dies ist das VG9000 Spielsystem Wenn du ein Videospiel hast, kannst du es damit spielen Toll, wir treffen uns auf der Brücke Das ist unser Board Gadgetron Rüstungsautomat Wir werden dich benachrichtigen, wenn du neue Panzerungen kaufen kannst Drücke die Dreiecktaste, um diese Nachrichten zu unterbrechen Du kannst Hilfenachrichten im Optionsmenü auch ganz ausstellen Wir verlieren das Signal Wir brauchen mehr Saft Ist das nicht der Präsident? Sie kamen aus dem Nichts Eine Tyrannoiden-Invasion In den Amtssitz des Präsidenten eingedrungen Halten hier nicht mehr lange Stand Mr. President Gad, bist du noch da? Roboter-Bürger der Solana-Galaxie Die Stunde der Freiheit ist nahe Zu lange haben wir Roboter unter verlogenen, unfassbar dummen, eklig weichen und übel riechenden, organischen Lebensformen gelitten Bald genießen alle Roboter Freiheit und Gleichheit unter meiner wohlwollenden, eisenharten Herrschaft Und was euch organischen Abschaum betrifft, freut euch darauf, zerstrahlt zu werden Das wär's erst mal Kuss auf Makadia nehmen Höchstgeschwindigkeit Transporter für Invasionen vorbereiten Wir greifen an Wir sehen uns auf Makadia Drei 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 Der Amtssitz des Präsidenten ist am anderen Ende der Stadt. Fassen Sie gut auf, die Tyrannoiden sind überall unterwegs. Tippe die Dreiecktaste doppelt an, um durch die letzten drei ausgerüsteten Waffen zu schalten. Du kannst die Kamerasteuerung im Optionsmenü umkehren. Der Amtssitz des Präsidenten 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 Inferno-Modus Deine Rüstung und deine Schlüsselangriffe werden für begrenzte Zeit verstärkt. Guter Schuss, Sir. Eine zweite Tyrannoidentruppe ist gelandet. Sie greifen das Anwesen von der anderen Seite an. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Die kriegt ihr! Folgen Sie mir zum Transporter! Folgen Sie mir zum Transporter! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR